Wir begrüßen Sie im Postauto der Linie 320 nach Baden. Nächste Haltestelle Wieden-Burgerts-Matt. Wiedendorf. Wieden-Burgerts-Matt. Bellikon-Dorf. Bellikon-Abzweigung-Hausen. Remetschwil-Dorf. Oberrohrdorf im Feld. Oberrohrdorf-Post. Oberrohrdorf-Brückli-Acho. Oberrohrdorf-Staretzschwil. Niederrohrdorf-Vorhölzle. Fieslisbach-Monopol. Fieslisbach-Sportanlage-Esp. Dettwil-Tafere. Dettwil-Langacker. Baden-Badenatur. Baden-Lindenplatz. Baden-Stein. Baden-Bahnhof West. Baden-Straf. Wir danken Ihnen, dass Sie mit Postauto gefahren sind. Auf Wiedersehen. Dieses Postauto fährt weiter nach Baden-Postautostation. Vielen Dank.